Pflegegeld ist nicht pfändbar. Millionen Menschen können aufatmen. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24d. Ein wirklich ganz, ganz wichtiges Grundsatzurteil, was der Bundesgerichtshof in Karlsruhe gefällt hat. Er sagt, Menschen, die einen Angehörigen zu Hause pflegen, müssen nicht mehr befürchten, dass ihnen in einer finanziellen Krise das Pflegegeld gepfändet wird. Der Bundesgerichtshof, ich schaue gerade in meinen Rechner rein, hat klargestellt, dass dieses Geld unpfändbar ist. In einer Entscheidung des BGH heißt es, mit dem Geld wolle der Pflegebedürftige die pflegende Person für ihren Einsatz belohnen, nicht aber deren Gläubiger befriedigen oder in anderer Weise begünstigen. Dieses Interesse ist rechtlich schutzwürdig. Beim Pflegegeld können Pflegebedürftige selbst entscheiden, wie und von wem sie gepflegt werden. Das heißt also, das Pflegegeld, was Pflegebedürftige der Pflegeperson geben, dieses Pflegegeld ist grundsätzlich, wenn es also bei der Pflegeperson ankommt, dort auch pfändungsgeschützt. Und das ist wirklich eine gute Entscheidung, weil in Deutschland Millionen Menschen, Familienangehörigen pflegen und auch von denen eine kleine Honorierung im Monat bekommen. Und deshalb sage ich, eine super Entscheidung. Da hat der BGH auch mal was Gutes gemacht und hier letzten Endes auch für Klarheit gesorgt. Ich kann nur allen Insolvenzverwaltern und auch Gläubigern sagen, sie haben keinen Zugriff auf das Pflegegeld, was eine Pflegeperson hier bekommt. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.